Yo Leute, Brot ist wieder am Start mit einer neuen Folge ROTU Was? Trickshot Pro? Ach du Scheiße, okay, let's go Fuck, Digga Er nur am Hard Sculpt, oh mein Gott, guck dich die Kicke, man Und hier runterspringen und die töten mit 360, ja Yes, läuft Nicht mal gesehen, wo er war Komm, 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 komm Hitmarker Oh, du Remington Spass, fing das jetzt schon wieder so an Orbi, mein Team hat Orbi, mein Team ist gut Pizza ist fertig Ja, meins Oh shit Oh shit Du Wichser Wo läuft das hier? Nein, 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 nein Was? Oh fuck Jawoll Nice Und ciao Was? Was? Nein Oh mein Gott Digga, das war echt ein geiler Quickscope Hier Friss das Oh shit, hab ich ihn gerettet, hab ich ihn gerettet, alter Nein Nein What the fuck Das habt ihr grad nicht, nein, das glaubt mir doch keiner Oh Oh, Remington Oh 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 Leg dich hin Haha, dieser Remington Spasstart Gassi Gott Oh mein Gott, alter Alter Komm noch rein Nein Wenn ich den jetzt kille Nein Digga, was für ein Wichser Ey, und mach bloß Nein Oh Schon wieder einen mit scheiß Shotgun gekillt Oh mein Gott, krass Digga, oh mein Gott Oh du war Eins und chilliger 360 wär doch mal nice Jawoll, da ist er doch Alter Digga Okay, ich muss hier verteidigen Eins So, ab geht's Jetzt Jetzt sind wir wieder mal So gütig und feeden mal wieder eine Runde Zack, easy snack Easy snack Und weiter geht's Komm, komm, komm Wo seid ihr? Jawoll Haben wir doch Okay, der war nicht so nice Aber dafür war er drauf Oh mein Gott, komm Oh, da ist noch einer Oh Hitmarker durch den scheiß Baum Und tot Oh Oh Der turn on, Mann Oh mein Gott Ey, habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht warum, aber Oh lol Solche Schwitze Und Hopp Und Hopp Shit Digga Oh 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 Ey, da ist noch einer Nein, nein, nein Jawoll Nice one Und weiter geht's Bitte Lass mich jetzt Abgehen Da ist er Da ist er Oh Durch die scheiß von Headshot Loll Oh, ich hab doch geklickt Ey Mann Oh Oh Der war drin Oh mein Gott Fick dich Oh Oh Ich besinke die Auch wenn's nicht so nice war Aber läuft Oh Und Bitch Auch wenn ich jetzt teilweise auch ein bisschen normal gesnipet hab Aber ich hab da irgendwie richtig Bock drauf So ein bisschen viel und so weiter Ihr wisst Bescheid Also lasst euch eine Bewertung da, wenn's euch gefallen hat Schaut auf Facebook und Instagram vorbei und haut rein und bis zum nächsten Mal Achja und der Gewinner des Gewinnspiels ist übrigens jetzt auf Facebook auch bekannt Also schaut da vorbei und bis zum nächsten Mal